Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Die Menstruation ist ein natürlicher Teil des weiblichen Zyklus, der für viele Frauen jedoch mit Schmerzen, Krämpfen, Stimmungsschwankungen und anderen unangenehmen Symptomen verbunden ist. Anstatt auf herkömmliche Schmerzmittel zurückgreifen zu müssen, können Frauen auch von den Vorteilen naturheilkundlicher Ansätze profitieren, um ihre Beschwerden auf schonende Weise zu reduzieren. Eine bewährte Methode zur Linderung von Menstruationsbeschwerden ist die Anwendung von Wärme. Eine Wärmflasche oder ein warmes Bad können helfen, die Bauchmuskeln zu entspannen und Krämpfe zu mildern. Eine entspannende Massage im Bauchbereich kann ebenfalls hilfreich sein, um die Durchblutung zu verbessern und Schmerzen zu reduzieren. Pflanzliche Naturheilmittel, wie beispielsweise Kräutertees, sind eine weitere natürliche Möglichkeit, Beschwerden zu behandeln. Ingwer- und Kamillentee haben entzündungshemmende Eigenschaften und können helfen, Krämpfe zu lindern. Frauen können auch auf Teesorten wie Frauenmantel zurückgreifen, die bekannt dafür sind, den weiblichen Hormonhaushalt auszugleichen und die Beschwerden zu reduzieren. Mönchspfeffer ist eine Pflanze, die seit langem zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden eingesetzt wird. Mönchspfeffer kann helfen, den Hormonhaushalt zu regulieren und den Menstruationszyklus auszugleichen. Des Weiteren kann er PMS-Symptome wie Stimmungsschwankungen, Brustspannen und Menstruationsbeschwerden zu reduzieren. Schwarzkümmelöl hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann bei der Linderung der Beschwerden hilfreich sein. Es wirkt krampflösend und kann dazu beitragen, Schmerzen im Bauchbereich zu reduzieren. Ginkgo Biloba ist bekannt für seine gefäßerweiternden Eigenschaften und kann die Durchblutung verbessern. Eine bessere Durchblutung kann dazu beitragen, Krämpfe zu reduzieren und Schmerzen während der Menstruation zu lindern. Kamille ist eine beruhigende Pflanze, die entzündungshemmende Eigenschaften besitzt. Kamillentee kann dazu beitragen, Krämpfe zu lindern und die Muskeln zu entspannen, was ebenfalls sehr hilfreich sein kann. Ingwer ist ein weiteres pflanzliches Heilmittel, das entzündungshemmende Eigenschaften besitzt und bei der Linderung der Beschwerden helfen kann. Ingwer-Tee kann Krämpfe reduzieren und Übelkeit während der Periode lindern. Traubensilberkerze wird traditionell zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Diese Pflanze enthält Wirkstoffe, die östrogenähnliche Effekte im Körper haben und somit helfen können, hormonelle Ungleichgewichte auszugleichen. Traubensilberkerze kann dazu beitragen, Symptome wie Krämpfe, Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen zu lindern. Lavendelöl wird oft für seine beruhigenden und entspannenden Eigenschaften geschätzt. Es kann sehr hilfreich sein, indem es Stress und Spannung reduziert. Ein paar Tropfen Lavendelöl in einem Bad oder in einer Duftlampe können dazu beitragen, Krämpfe zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Die Jamswurzel wird aufgrund ihres hohen Gehalts an Diosgenin, einem Vorläufer von Progesteron, zur natürlichen Hormonregulierung eingesetzt. Jamswurzel kann helfen, den Hormonhaushalt auszugleichen und Menstruationsbeschwerden wie Krämpfe und PMS-Symptome zu lindern. Brennnesseltee ist reich an Vitaminen und Mineralien, die entzündungshemmende Eigenschaften haben. Er kann dazu beitragen, die Durchblutung zu verbessern und Schmerzen während der Menstruation zu reduzieren. Brennnesseltee wirkt auch harntreibend, was dabei helfen kann, überschüssige Flüssigkeit aus dem Körper zu entfernen und Schwellungen zu reduzieren. Mönchsrindenextrakt wird aus der chinesischen Mönchspflaume gewonnen und wird traditionell zur Linderung von Schmerzen und Krämpfen eingesetzt. Der Extrakt kann die Freisetzung von Endorphinen fördern, die als körpereigene Schmerzmittel wirken und somit bei der Reduzierung von Schmerzen hilfreich sind. Die Einnahme von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln kann ebenfalls hilfreich sein, um die Beschwerden zu lindern. Omega-3-Fettsäuren, Magnesium und Vitamin B6 sind Nährstoffe, die bekanntermaßen Entzündungen reduzieren und die Muskelentspannung fördern können. Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation und Atemübungen können ebenfalls dazu beitragen, Menstruationsbeschwerden zu lindern, indem sie Stress reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Auch regelmäßige körperliche Bewegung kann dazu beitragen, die Symptome zu verringern, da sie die Freisetzung von Endorphinen fördert und somit als natürliche Schmerzmittel wirken. Frauen, die unter starken oder ungewöhnlichen Menstruationsbeschwerden leiden, sollten immer einen fachkundigen Arzt oder Naturheilpraktiker konsultieren, um ernsthafte Erkrankungen auszuschließen und eine individuelle Behandlungsstrategie zu entwickeln. Indem Frauen naturheilkundliche Ansätze in ihren Lebensstil integrieren, können sie lernen, auf sanfte und ganzheitliche Weise mit den Herausforderungen des weiblichen Zyklus umzugehen und ihr Wohlergehen zu fördern. Wir hoffen, dass wir ihnen helfen konnten, mehr über alternative Behandlungsmöglichkeiten bei Menstruationsbeschwerden zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!